Herr, ich bin gekommen, um dir zu begegnen, um dir nahe zu sein, um dir etwas zu bringen, meine Freuden und meine Sorgen, meine Fragen, die mich beschäftigen, die mich ausfüllen und die mich begleiten, hinein bis in die Nacht, hinein in den Tag und wieder bis in die Nacht, in der ich alleine bin mit der Finsternis um mich und in mir. Und mit dir, dem Unsichtbaren, dem Allumfassenden, dem Größeren, der zu unterscheiden versteht zwischen Wegen, die in Sackgassen enden und Wegen, die mich weiterführen. Auf den einen Weg, der allein zu dir führt, zu dir, der du mein Vater bist, zu dir, der der du meine Sehnsucht bist, zu dir, der du die Liebe bist. Herr, ich bin gekommen, um dich zu suchen. Dich, die alles umfassende Liebe, will ich finden. Sie ist für uns Menschen ausgesetzt, verborgen in der heiligen Eucharistie, verborgen in ihrem Glanz und in ihrer Macht, hier bin ich, Herr, und strecke dir meine Hände und mein Herz entgegen. Meine Hände ohne große Leistung, nur voller Sehnsucht nach dir. Mein Herz, so oft so müde und so traurig, nur eines wissend zu dir gehöre ich. Du hast mich geschaffen. Ich brauche mich nicht zu verstecken. Ich brauche nicht gut dazustehen. Ich muss auch nicht viele Worte machen. Ich weiß, du liebst mich. Deine Liebe ist bedingungslos. Lass sie mich finden, Herr, diese bedingungslose Liebe, dass ich in ihr geborgen bin und ebenso bedingungslos lieben kann. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, wir sind gekommen, um dir zu danken. Um dir zu danken für deine Güte und dein Erbarmen. Um dir zu danken für die Schöpfung und die Erlösung. Um dir zu danken für das Geheimnis unserer Mutter Maria, diesem Juwel deines Herzens und deines großen Schöpfergedankens. Wir danken dir für alle diese großen und gewaltigen Dinge, die sich unserem Menschenverstand entziehen und freuen uns, dass wir sie in der Ewigkeit erkennen dürfen und dann selbst zum Lobgesang werden dürfen, mit allen Engeln und allen Heiligen. Wir danken dir aber auch für die kleinen Dinge im Alltag, in unserem Leben, die für uns ganz groß und wichtig sind und in deren Fügungen wir deine Nähe und deine Fürsorge erkennen dürfen. Wir danken dir für alles, was jetzt jeder von uns in seinem Herzen trägt und dir mitgebracht hat. Nimm es, oh Herr, in deine liebende Vorsehung. Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus Christus, deinen Sohn. In ihm spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich, denn was er am Kreuz getan, ist mein. Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, Jesus Christus. Herr, wir sind gekommen, um dir zu dienen und wir bringen dir auf unseren betenden Händen die Welt und ihre Menschen. Dein Gott braucht dein brennendes Herz und deine betenden Hände, denn es geht um die große Tragik der Menschheit. Wann versteht die Menschheit, dass es keinen Frieden geben kann, solange sie keine Gotteserkenntnis hat? Der Welt fehlt es an Gotteserkenntnis. Die Welt sucht sie auch nicht, sondern sie hat sich eine eigene Gesetzesgemeinschaft geschaffen und die Gesetze wachsen ihr über den Kopf, sodass sie sich selbst darin verirrt. unter der Flagge der Freiheit wachsen die Verbrechen und die Seelen der Kinder werden immer früher in eine unerhörte Fülle von Schmutz und Grausamkeit getaucht. So kommen wir, Herr, zu dir mit unseren betenden Händen und unseren betenden Herzen und wir flehen, Herr, tauche ein in das Meer deiner Barmherzigkeit, die Welt und ihre Menschen. Erfasst von deinem erbärmen Herr wurde mein Leben neu, geheilt durch deine Freundlichkeit Jesus, ich lebe dich, Jesus, ich lebe dich, Jesus, ich lebe dich, Wer streckt sich aus nach dem verheißenen Leben in Fülle? Wer nach dem Heiligen Geist, der ausgegossen ist über die Welt und der uns in die ganze Wahrheit einführt? Wer nach dem brennenden Wort Gottes, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Wer nach dem Wort, Leben und Tod lege ich dir heute vor Augen, du aber wähle. Herr, deine kleine Schadeanbieter streckt sich aus nach deinem Wort, nach deiner Verheißung und wählt dich, Herr, als König für die Welt und ihre Menschen. öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sage, ich lieb dich, öffne mir die Ohren und hilf mir zu helfen, öffne das Herz zu, ich will dir gehören. Herr, deine Kirche trägt die ewigen Wahrheiten in zerbrechlichen Gefäßen. Auch deine Christen haben nur noch wenig Kenntnis von den Mächten und Gewalten der übernatürlichen Welt. Wer streckt sich aus nach den großen Absichten Gottes, den neuen Himmel und die neue Erde? Wer weiß noch, wer weiß noch, dass die Menschheit nur einen einzigen Feind hat und kann ihn erkennen und bändigen? Wer weiß noch, dass Gott ein Vaterherz hat, das verletzt und enttäuscht werden kann? Wer sucht die großen Absichten Gottes? Wo sind die Menschen, die aus der schreienden Not der Welt bis zu Gottes Herz emporsteigen und ihm keine Grenzen setzen in seinem Heilswillen und ihm sein Wort abringen? Siehe, ich mache alles neu. Herr, wir wollen dein verletztes Vaterherz trösten und um Verzeihung bitten für die Welt und ihre Menschen. Wir wollen dir das schmerzhafte und unbefleckte Herz Mariens darbringen und das durchbohrte Herz deines geliebten Sohnes zur Sühne für die Welt und ihre Menschen. Herr, wir suchen die großen Absichten deines Vaterherzens für die Welt und ihre Menschen. Siehe, das ist Gottes Land, das der Erde Sünde trug, blutend an dem Kreuz es starb, da des Gottes Zahn genug in dem Felsengrabe liegend hat es uns zur Ruhe gebracht. Über Tod und Sinn der Segand drang das Land durch unsere Nacht. Herr, wir sind gekommen, um deinen Willen zu suchen und du schenkst uns deine Weisung. Der Vater braucht in diesen Zeiten, die die letzten sind, eine große Armee von Menschen, die von der Liebe geführt und geleitet werden. Diese große Armee, zu der auch du gehörst, steht unter dem Schutz und der Führung meiner heiligen Mutter. Diese Armee, die im Unsichtbaren aufgestellt wurde, besitzt eine außerordentliche Kraft und Stärke. Diese Armee wird den Endkampf gewinnen und sie wird mir bei meiner großen Wiederkunft entgegen gehen. Wir wissen, dass die Stärke eines einzelnen Soldaten die Stärke der ganzen Armee ausmacht. Die Stärke der Soldaten dieser Armee besteht in der Fähigkeit eines jeden Einzelnen, sich von der Liebe leiten zu lassen und Liebe zu wehren. Da die Liebe die größte Macht der Welt ist, macht sie diese Armee zur mächtigsten. Der Kampf ist schon sehr weit fortgeschritten. Ihr werdet mehr und mehr Zeugen ihrer Siege sein. Ihr Sieg wird gerade dann strahlend erscheinen, wenn der Feind glaubt, die Schlacht gewonnen zu haben. Selig bist du, weil du zu dieser Armee gehörst und weil du bereit bist, Liebe zu werden. Ich liebe dich über alle Maßen. Du, der Herr von Meer und All, du siehst deines Volkes Qual, alle, die da sind in Sünd und Nacht, willst du befreien. Du erschufst der Sterne Pracht und du erhellst unsere Nacht. Wer trägt Licht in diese Welt? Wer ist bereit? Ich bin da, Herr. Du meinst mich, Herr. Und ich vernahm dein Rufen in der Nacht. Sende mich, Herr, führe du mich und mein Herz soll meinem Gott gehören. Es steht geschrieben, Die Menschen. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und wenn das alles beginnt, dann erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe. In eurer Zeit befindet sich euer Planet auf einem Pulverfass, das jeden Augenblick explodieren kann. Dieses Pulverfass ist zunächst der Geist einer Welt, die von einer unerhörten Gewalt verblendet ist. Und es erträgt auch die ganze Natur, die von all den chemischen, zerstörerischen Angriffen geschädigt ist, das Chaos der Menschheit nicht mehr. All diese Dinge geben euch eine Vorahnung der Apokalypse. Sie offenbaren euch viele Dinge, wozu der Mensch fähig ist. Die Fortschritte der Technik verdankt ihr den Forschern und Wissenschaftlern, die nur jene Bereiche detailliert erkennen, die außerhalb des Menschen liegen. Sie haben die Seele des Menschen vergessen und haben vergessen, die Folgen zu untersuchen, die ihr Eingreifen auf die Erde hat. Ihr stellt in den Zeitungen und im Radio und Fernsehen fest, dass fast überall Chaos herrscht. Viele unschuldige Geschöpfe leben die Hölle auf Erden. Viele sind krank. Viele hungern. Viele sind hilflos. Wollt ihr ohne die geringste Reaktion auf Menschen vertrauen, die euch auf den Weg der Zerstörung führen? Die Menschen guten Willens müssen reagieren. Sie müssen den Planeten mit einem geistigen Schutz überziehen. Es müssen die Völker zum inprünstigen Gebet aufgerufen werden, wie es der Heilige Vater wünscht. Das ist ein Aufruf für die ganze Menschheit, für Politiker und für alle Kirchen, vor allem für die Gebetsgruppen. Vater im Himmel, Herr aller Mächte und Gewalten, Wir wollen unseren Planeten Erde, alle Gesterne und die ganze Schöpfung nicht mehr jenen Menschen überlassen, die nicht nach deinem Willen fragen, die dir nicht die Ehre geben und die dich nicht anbeten. Vater, siehe auf den durchbohrten Händen deines Sohnes und dem durchbohrten Herzen der Mutter bringen wir dir die ganze Schöpfung zurück und das gespaltene Herz des Menschen. Vater, sprich neu dein Schöpferwort. Ich will, es werde, siehe, ich mache alles neu. Gloria, 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 Deine Schöpfung, Sonne, Sterne preisen dich, Alle Mere, alle Berge preisen dich, Alles rühmert deinen Namen und der Tag mit seinem Licht erpreisert dich und die Nacht mit dir am Schweigen preisen dich, Alles rühmert deinen Namen. gloria, 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 gloria. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unter, denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, wie dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Gloria, 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 gloria. Zwei Tage meißen dich, alles rühmert deinen Namen. Und der Tag mit seinem Lichter preiset dich, und die Nacht mit ihrem Schweigen preiset dich. Allas rühmert deinen Namen. Gloria, Gloria, Gloria. Die Leiden des Menschensohnes Die heutige Welt erneuert sehr grausam die Leiden, die der Menschensohn erlitt. Ihr, meine Getreuen, verlasst mich jetzt nicht. Haltet aus unter meinem Kreuz in eurer Zeit, zusammen mit meiner und eurer Mutter. Haltet aus unter dem Kreuz meiner Kirche, die nur eine ist und nur eine sein kann, unter dem Siegel der Unüberwindbarkeit, das ich meinem Petrus, meinem Papst gegeben habe. Und meine Zusage allein ist die Garantie für den Felsen. Es gibt so wenige Menschen, die mir in meinem Wort gehorsam sind. So wenige, die ihren Gott suchen und ehren. Die meisten wollen mich nach ihren eigenen Vorstellungen und nach menschlichem Maß zurechtbiegen. Darum ist die Welt in so großer Finsternis. Ihr, meine Getreuen, tröstet, tröstet euren Gott. Der Abfall des Glaubens ist ein Schmerz, der mein Herz zerreißt. Du siehst den Zustand der Bedrängnis meiner Kirche, meines mystischen Leibes. Er verschlimmert sich immer mehr. Zertreten und verachtet von den Menschen, verzerrt von der Willkür menschlicher Anmaßung, von den meinen, so oft verraten und verkauft, an die Meinung und das Maß dieser Welt. Du siehst, die Menschen sind taub gegenüber den Aufrufen des Himmels, gegenüber meinen Mahnungen, gegenüber den flehentlichen Rufen meiner und eurer Mutter. Weder ihre Erscheinungen auf eurer Erde, noch ihre Tränen, die sie über eure Zeit weint, rühren die Herzen aus Stein. Ich flehe euch an, die ihr in meiner Kirche Verantwortung tragt. Habt die Kraft und den Mut, die Zeichen des Himmels zu erkennen. Hört auf, Angst vor der Verfolgung durch eure Brüder zu haben. Denn unbegreiflich ist der Hochmut, mit dem man das Wirken Gottes und seiner Mutter der menschlichen Beurteilung unterstellt. Unbegreiflich ist der Mensch, sei er Laie oder Gottgeweihter, der sich das Recht anmaßt, dem Willen Gottes Grenzen zu setzen. Unbegreiflich ist der Mensch, der sich selbst ein Geheimnis ist und sich dennoch für fähig hält, die unerforschlichen Geheimnisse Gottes zu ergründen. Du siehst, in welcher Verlassenheit ich mich befinde. Und doch bleibt die Liebe bei euch und will immer noch retten, sogar immer mehr. Euch, meiner kleinen Schadeanbeter, sage ich meine Schmerzen. Schenkt mir Seelen, schenkt mir Liebe, schenkt mir eure Treue, schenkt mir eure Tränen und eure Ehrfurcht, schenkt mir eure Fürbitte für die Welt. O, vergesst doch euren kleinlichen Egoismus, der euch trennt und entzweit, um des großen Schmerzes eures Gotteswillen. Er ist der Erlöser, Jesus Gottes Sohn, Gottes Lamm erwählt zu tragen, unserer Sünde Lohn. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt. Danke, lieber Vater. Gott, du schenkst uns deine Verheißung. Ja, meine Herrlichkeit wird den Himmel aufreißen und wird die Erde umhüllen wie eine milde Wolke. Dann wird der Heilige Geist kommen. Der Heilige Geist wird Besitz ergreifen von der Schöpfung und vom Geschöpf. Und du wirst sehen, den Menschen niedergestreckt durch Gottes Macht und Herrlichkeit, den Menschen, aufgehoben von der Güte Gottes und von zärtlichen Vaterhänden hineingehoben in Gottes Herrlichkeit. Den Menschen, sich selbst in Freiheit, Liebe und Anbetung niederwerfend vor Gottes Herrlichkeit. Und du wirst staunen über das Werk deines Gottes. Die Menschen versinken in Vergessen und Gleichgültigkeit. Aber immer bin ich Jesus, der Retter der Menschheit. Die Welt vergisst mich, aber euer Heiland vergisst die Menschen nicht. und der Gott ist. Darum ist es wichtig, dass an dem Tag, an dem Gottes Herrlichkeit das Herz des Menschen heimsuchen wird, ihr mit Petrus sprechen könnt. Meister, 112. Dann donnerst du dich in dir um mir als offizien dich zu sprechen. wenn der Gott ist derjenige fasziniert, schüttelt vor groß ist. Wir schütteln dich, wenn der Gott nicht Die Liebe wird als Liebe zurückkehren. Hab keine Angst, die Nacht geht vorüber und je dunkler sie war, umso strahlender wird der neue Morgen. Ich bin das Licht der Welt. Ich komme und erleuchte die verdunkelten Herzen. Ich werde eine neue, heilige Erde schaffen und die Menschen werden wieder fähig sein zu lieben. Du aber bleibe im Gehorsam und in der Treue. Musik Sei gegrüßt, König des Weltalls. Sei gepriesen, König der Könige. Herr der Herrscharen. Die Herrschaft deines Königreiches erfüllt den ganzen Erdkreis und das Licht deines Wortes durchdringt alle Herzen. Dank sei dir, o großer König voll Macht und Majestät, voll Liebe und Erbarmen. Gieße das Feuer deiner Liebe auf die Erde und ihr Angesicht wird erneuert werden. Gieße deinen Geist in die Wüste der Menschenherzen und die Menschheit kann ihren Schöpfer und Vater wiedererkennen und lieben. Sei willkommen, König des Weltalls. Geblüsen sei Gott, geblüsen sei Gott, unser Gott, unser Gott. Geblüsen sei Gott, geblüsen sei Gott, unser Gott, unser Gott. Geblüsen sei Gott, unser Gott, unser Gott, unser Gott.